Hallo, hier ist Philipp von InvestorSearch und ich möchte euch hier Yirendai vorstellen. Das ist ein führender chinesischer Peer-to-Peer-Kreditanbieter. Das heißt, der bringt online Investoren und Kreditnehmer zusammen. Ja, wir sehen das hier. Der Investor gibt einmal Geld und bekommt danach Zinsen und den sogenannten Principle zurück. Und Yirendai vermittelt nur. Es ist also nicht wie eine Bank, die selber ins Kreditrisiko geht, sondern er hebt einfach für diese Vermittlung Gebühren, was natürlich ein sehr attraktives Geschäftsmodell ist, was skalierbar ist und was auch bisherigen Banken, vor allem auch Filialbanken, überlegen ist, da man die Prozesse online besser abwickeln kann und auch kein Eigenkapital zur Risikovorsorge vorhalten muss. Gerade in China sind die Banken eher darauf fokussiert, zu Firmen zu leihen und dadurch ist eine riesige Konsumentennachfrage entstanden, die bisher vor allem durch diese Schattenbanken abgedeckt wird, wozu Yirendai in dem Sinne auch gehört, aber halt einer, der technologisch gut aufgestellt ist und einer der führenden Anbieter dort ist. So werden schon ein Drittel der Kredite über mobile Plattformen abgewickelt und die Marke ist die Nummer 1 bei Investoren, Nummer 2 bei Kreditnehmern. Das geht halt auch alles viel einfacher und schneller als bei normalen Banken. So sieht die Webseite aus. Ihr seht hier Credit Ease. Yirendai ist ein Tochterunternehmen von Credit Ease, die auch eine normale Kreditvermittlung machen mit vielen Filialen und die arbeiten natürlich eng zusammen, was einerseits natürlich ein Vorteil ist, da man so viele Kunden bekommt und auch Daten erheben kann, die den eigenen Kreditalgorithmus verbessert. Andererseits kann es natürlich zu Interessenskonflikten kommen. Der Kreditalgorithmus ist ganz wichtig, um halt den passenden Zins zu ermitteln für den jeweiligen Kunden und auch, wenn es mal zum Beispiel zum wirtschaftlich schlechteren Zeiten kommt, die Ausfallraten niedrig zu halten. Zielgruppe sind vor allem aber auch Kreditnehmer mit guter Bonität, die zum Beispiel Kreditschulden umschulden wollen und aber ein regelmäßiges Einkommen haben und die Investoren sind eher auch wirklich vermögende Kunden, die diese Asset-Klasse verstehen und gut nutzen können. Der Markt ist sehr groß in China. Nicht nur online wächst sehr stark, sondern auch offline und es verstärkt sich natürlich noch und soll 2019 1,8 Billionen betragen. Ist natürlich nur eine Prognose, ist aber heute schon mit 550 Milliarden nicht klein. Vor allem die Chinese Konsumgesellschaft wächst halt immer noch stark, auch wenn vielleicht das Stahlwunder und Exportwunder von China vorbei ist. Der Service-Sektor, gerade die jüngere Generation, wächst stark und dafür brauchen wir halt auch Kredite, um das zu finanzieren. Hier sehen wir, dass die Bewerbung zwar komplett online ist, aber viele Kunden halt doch auch über Credit Ease gewonnen werden noch. Davon will man sich halt unabhängiger machen. Man hat aber auch schon, wie gesagt, 200.000 Investoren und allein im letzten Quartal über 50.000 Kreditnehmer. Hier sehen wir nochmal die Zahlen. Das eine ist aufs Quartal gerechnet und das andere aufs ganze Jahr. Dazu gibt es auch noch so einen Risikovorsorgefonds für die Investoren, um halt irgendwie spezielle Risiken abzusichern, wenn bestimmte Returns und Ausfallraten nicht so eintreffen wie gehofft. Hier sehen wir nochmal die Zusammenarbeit mit Credit Ease. Das hilft halt auch, wenn man eine Offline-Präsenz hat, wenn jemand zum Beispiel nicht zahlt, dass man da eher Druck ausüben kann. Und das Größte und Spannendste bei Jirenda ist natürlich das Wachstum. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Und hier sehen wir den Umsatz pro Quartal und auch aufs Jahr gerechnet. Das ist natürlich eine sogenannte Hockey-Stick-Kurve, wo das Wachstum zunimmt. Und was wirklich spannend ist, obwohl es so ein Wachstumsunternehmen ist, dass halt auch die Margen hoch sind und Jirendai profitabel ist. In den neuesten Quartalszahlen sind sie sogar nochmal besser. Allerdings muss man natürlich auch zusagen, sind die Kunden, die Credit Ease Jirenda verschafft, wirklich mit Marktpreisen versehen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, das günstiger weiterzuschieben, um hier bessere Zahlen darstellen zu können. Trotzdem ist Jirendai natürlich ein sehr spannendes Unternehmen. Die Gründer von Credit Ease sind immer noch an Bord, haben das auch erst 2006 gegründet, zu einem der größten Kreditanbieter in China gemacht. Jirendai selber wird von Nihang Fang geführt. Die hat an der Columbia Universität New York studiert, Elektrotechnik und Philosophie und verantwortet auch noch gleichzeitig das Online-Geschäft von Credit Ease. Da gibt es halt, wie gesagt, gewisse Interessenskonflikte, aber sonst für den Finanzzahlen kommt das schon der Perfektion sehr nahe für einen Value-Wachstumsinvestor, weswegen Jirendai eine 8,6 bekommt, was einem fairen KGV von 26 entspricht. Und bei Erstellung dieses Videos ist der Unternehmensgewinn der letzten Quartale bei ungefähr 60 Millionen Euro, wodurch man fast ein einstelliges KGV erreicht für seinen Wachstumswert. Das erscheint natürlich relativ günstig. Man darf aber natürlich nicht die China-Risiken vergessen. Gerade bei einem wirtschaftlichen Downturn würden natürlich die Ausfallraten hochgehen und man hat eine Konzernmutter, die große Teile der Aktien kontrolliert. Trotzdem ist das natürlich ein spannender Wert für spekulative Internet-Investoren, die Fintech oder spannend finden, noch dieses Peer-to-Peer-Kreditmodell, was ja in der USA von Landing Club beispielsweise vorgemacht worden ist, auch wenn es da Fragezeichen inzwischen gibt. Das war es also von meiner Vorstellung von Jirendai. Sonst schaut euch gerne auch noch die anderen Analysen dieser Fintech-Anbieter auf InvestorSearch.net oder natürlich auf YouTube an und am besten gleich den Kanal abonnieren, um über neue spannende Firmen informiert zu werden.